Wo sind denn die jetzt hin? Das weiß ich nicht, die sind unten wahrscheinlich beim Spieltag, aber es ist viel schöner hier oben zu offen. Ja, ja. Der Klang ist sicherlich von vorne toller. Sie können sich auch da drüben auf die andere Seite schauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.